Hi Leute, ich bin's hier, euer Top2man12 und im Hintergrund seht ihr schon was. Heute mache ich nämlich das 35 Abo Special und zwar werde ich heute zwei Booster Magitex öffnen und das Starter Pack von Magitex von 0.9.10, hier steht schon noch 57, das ist aber für 3.99. Und ja, das werde ich jetzt mal gleich öffnen. Nein, ich öffne erst die beiden Packs, Magitex. Okay, Hamburg Angriff. Dann haben wir Reinhard, Barth, Mishila und Wiese und Petric, Star Spieler. Ja. Und das zweite Booster. Oh, neuer Top-Transfer. Dann Mütze, Kehr, Rahm und Großkreuz. Also zwei, ein Star Spieler, ein Top-Transfer und eigentlich ein guter Puls. Das Match werden wir natürlich haben. So, und jetzt auch nicht das Bundesliga-Stapel-Pack 9.10. Vielleicht auch noch 28 Booster davon. Und die werde ich dann auch noch öffnen. Ich hätte beinahe sogar noch die Tinn-Dose bekommen. Von 0.9.10. Also das sind drei Tinn-Dosen. Und hier das Bündel mit Tusky, limitierte Auflage. Dann der Sammelordner. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig drin ist. Doch. Richtig drin. So. Sammelordner, geklebt noch. Mhm. Dann, was ist das hier? Ach, die Checkliste. Von hinten. Dann die Checkliste von vorne. Dann die Spielregeln. Und das Spielfeld. Hier mit denen. Ich mach den ab. Jetzt geht es wieder nicht. Oh, man. Da mach ich ja noch das Kleidbeschluss. Hier das Spielfeld. Da könnte man sie noch reinstecken. Da oben kommen dann die Anzeigen rein. Hier die Vereine. Hier mit Kleidbeschluss. Und ja, hier dann die ganzen schönen Namen. Cool. So, dann. Ich mach das jetzt mal auf die Seite. Und öffne mal das Hack. Ich mach das jetzt mal auf. Okay, da war eine Karte umgedreht. Okay, wir haben... Dedic... Orowski... Josue... Hashimian... Ogumuyela... Lehmann... Rauers... Emicheles... Preuss... Wolf... Svensson... Simonic... Koca... Rost... Janschke... Geronelo... Simonek... Koulibaly... Ne... Koulouti... Altintorp... Ishiaku... Ishiaku... Kritsinovec... Eduardo... Matchwinner... Geil... BVB... Wappen... Oh cool... Subotic... Starspieler... Und... Taski... Limitierte Auflage... Also echt cool... Diese Basekarten... Guck mal... Und dann hier nochmal... Taski... Limitierte Auflage... Nicht so sonderbar... War ja in jedem Starterpack... Das finde ich geil... Subotic... Starspieler... Dortmund Club Logo... Ich fand die sind so besser... Wo die noch glitzernd waren... Und ohne Punkte... Und... Carlos... Eduardo... Matchwinner... Das ist auch geil... Also... Eigentlich ganz gutes Starterpack... Die Pulse... Von den beiden Packs... Magitex... Wann auch noch... Okay... Neue... Und... Petel... Hier... Ja... Okay... Dann werde ich sie jetzt beim Reisertieren... Das sind die Karten hier... Und hoffe mal... Dass ich die 28 Booster noch kriege... Damit ich noch... Einen zweiten Teil vom 35 Abo Gewinnspiel mache... Ähm... Äh... 35 Abo Opening... Und ja... Wir sehen uns dann bald wieder... Hoffentlich... Mit 28 Boostern... Magitex... 08... Äh... 019... Ja... Ja... Ciao...